guten morgen guten morgen wir starten jetzt zu einer kleinen wanderung zum dosso di costalta das ist irgendeiner der berge hinter uns oder vielleicht auch noch dahinter wir wissen es nicht wir lassen uns da mal überraschen genau die sonne scheint wetter ist gut und wir haben lust und uns erwarten etwa 1000 höhenmeter ja mal sehen wie der ausblick von da oben ist an der kirche vorbei und dann irgendwo dort hinten hoch wahrscheinlich hier ist er jetzt das erste mal ausgeschildert der doch so die costalta 2 stunden 45 es geht hoch bis jetzt ging es hier auf asphalt hoch und nun geht es hier für uns in den wald unser weg führt jetzt hier durch den wald und stramm nach oben aber schön ist es hier wir befinden uns hier jetzt übrigens auf einer vertikal laufstrecke das heißt die geht relativ gerade einfach nur hoch und das merken wir auch gerade schon es ist so steil hier vielleicht kommt es ja ein bisschen rüber von dort unten sind wir gekommen hier sieht man auch wieder den wegweiser für den vertikal weg und haben schon gedacht es wird jetzt flacher aber nein es geht jetzt steil den berg weiter hoch dieser feldweg täuscht den kreuzen wir nur es geht nämlich weiter stramm bergauf wir kommen jetzt langsam aus dem wald raus und gehen gleich wahrscheinlich in der sonne es ist unheimlich steil von dort unten sind wir hochgekommen dieses schild macht den weg nicht gerade angenehmer ein stück müssen wir noch hoch jetzt sehen wir unten sankt orsula und wenn man genau hinschaut hinter der kirche unten auf dem parkplatz steht unser alter auf der anderen seite ist san felice und vor uns geht es weiter peck auf und was für ein ausblick wunderschön hier wir sind jetzt vom vertikal weg abgewichen gehen jetzt einen etwas anderen weg der jetzt besser ist wird sich noch zeigen wir gehen jetzt mitten durch eine wiese und sind aber auf dem richtigen weg denn hier ist die markierung der weg ist jetzt nicht weniger steil aber immerhin man sieht ein paar markierungen tja jetzt geht es durch so eine enge passage ein unglaublicher weg wahnsinn und diese ausblicke es geht hier weiter hoch durch die imbeeren und brennässe aber ein schöner ausblick steil und steil ist es genau da geht es weiter natürlich rauf brennässeln noch und nöcher dort unten auf dem sandweg haben wir uns für die längere variante entschieden und hier vorne sieht man jetzt dass der vertikal weg direkt senkrecht hoch verläuft und man sieht wie die wolken aufsteigen ja ein bisschen hoch müssen noch wenn man ganz genau hinguckt dann ist jetzt das kreuz zu sehen wo wir eigentlich hin wollen wir gehen immer noch auf der vertikalen laufstrecke die ist jetzt hier wie vorhin auch schon mit gelben kleinen fähnchen markiert und jetzt kommen wir gleich wieder aus dem kleinen waldstück raus dort vorne ist ein wegweiser und dort sieht es so aus als würde dort eine straße verlaufen 800 meter bis costalta michael sieht auch ein bisschen flörtig und erschifft das wir haben unser ziel vor augen aber es geht noch weiter stramm bergauf wir sind jetzt zwar hier bei der windfahne angekommen aber wir sind nicht oben die kleinen gelben fähnchen markieren den weiteren weg wow ein teilerfolg haben wir jetzt schon mal man sieht jetzt dort hinten das gipfelkreuz da wollen wir gleich noch hin und hier schon mal der ausblick runter einmal zum see und sehr sehr schön herrlich sieht das aus und da hinten der kaldunazosee das kreuz kommt immer näher jetzt sind das nur noch ein paar schritte herrlich so werden die steinmännchen langsam immer größer je mehr wanderer hier oben diesen ort erreicht ja meike sagt gerade hier müssen doch schon sehr viele wanderer gewesen sein das sieht ja richtig toll aus so ein wahnsinn und jetzt kommt auch die sonne wieder raus und wir sind auch immer noch richtig hier ist der wanderweg 405 und natürlich ist der ausblick in die anderen richtungen von hier aus mindestens genauso grandios das so die costalta 1953 meter jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt und haben beschlossen dass wir den weg den wir hier hochgegangen sind auf keinen fall wieder zurückgehen werden der war einfach kein geschenk der hat keinen spaß gebracht und runter wird es nicht angenehmer werden als hoch ja insofern hier sind ja diverse wegweiser wir suchen uns da jetzt mal irgendwas raus solange es nicht so steil wird dann ist die entfernung relativ egal genau wir marschieren gleich erstmal los genau mal sehen wie oft wir uns verlaufen aber es ist jetzt 12 uhr also wir haben tatsächlich knapp drei stunden gebraucht für die 1000 höhenmeter und 5,7 kilometer also aber wie gesagt der weg wir würden ihn nicht wieder gehen also der weg ist bisher schon mal wesentlich besser zu gehen einzige problem führt in die falsche richtung also wir suchen dann jetzt mal herrlich zu gehen immer noch die falsche richtung aber das macht nichts und es ist richtig kalt geworden muss man dazu auch sagen richtig kalt unser weg geht nach wie vor hier lang also quasi in die falsche richtung und jetzt haben wir gerade gesehen wir müssen ja hier noch runter und von hier aus hat man direkt einen blick nach san felice wo wir gestern waren an der kirche so also ein paar straßen und wege kann man hier erkennen irgendwie kommen wir da schon runter und es ist noch kälter geworden man trägt jetzt schon Mütze noch einmal der blick zurück dort die serpentin die wir runter gegangen sind und jetzt nochmal der weitere blick ins tal wir müssen also noch ganz schön weit runter aber der weg verläuft jetzt auf einer froststraße und auf jeden fall nicht ganz so steil dann sind wir ja von dort gekommen und hier auf dem weg liegt der wegweiser und hier sollte der weg eigentlich lang gehen den wir gerne runter gehen würden wir werden es jetzt mal versuchen schemenhaft ist er zu erkennen aber sonst müssen wir einen riesen Umweg gehen man erkennt dann vielleicht von hier da hinten die straße da müssten wir dann eigentlich rauskommen es wird steil von dort oben sind wir gekommen jetzt müssen wir wieder durchs Dickicht und irgendwie zu der straße jetzt geht's zurück nach Orsola ein paar kleinere Hindernisse wir sperren jetzt hier auch mal eben den Weg wir suchen mal nach einer Möglichkeit wir sind in der Zivilisation zurück und hier werden jetzt noch Erdbeeren angebaut wir haben jetzt Ende August und es sind auch richtig viele Beeren dran und sie blühen sogar noch und von hier aus hat man jetzt noch einmal den Blick zur Kirche von San Felice wo wir gestern waren und für uns geht es jetzt da lang und dort ist schon das Ortseingangsschild von San Orsola wir haben es geschafft wir sind zurück und wir sind geschafft 15 Kilometer waren es jetzt insgesamt also der Rückweg war wirklich eine Ecke länger nicht ganz so steil meistens besser zu gehen und manchmal ging es doch ganz schön wieder über irgendwelche Weiden und durch Wälder wo umgeknickte Bäume lagen aber macht nichts wir hatten es ja eben schon gesagt der Hinweg den würden wir wirklich nicht wieder gehen der Rückweg war okay es waren auch 1060 Höhenmeter die mussten wir auch irgendwie wieder runter genau wir waren sechs Stunden unterwegs ja und jetzt erholen wir uns erstmal genau der Tag ist quasi vorbei die mussten wir auch noch Not tonight, pulling me back, I know Not tonight, pulling me back, I know Not tonight, it feels